Schon wieder gegen YC, die habe ich jetzt schon so oft gespielt. Ich packe jetzt einfach mal die LX-T-Pumpe hinter den Turm. Ja. Na, jetzt hier die Skeletons einsetzen. Komplettverschwendung. So, den Riesen ganz nach hinten. Okay, der Gegner spielt jetzt hier wieder das Royal Giant Deck vom Chief Pet. Wie kommen, wie werden wir hier durchkommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch, gegen dieses Deck habe ich noch nicht so richtig einen Schlüssel gefunden. Ach ne, es ist ein Spawner. Wir spielen hier gegen den Spawner. Ja, da hauen wir doch auch nochmal die Kanone rein. Das ist auf jeden Fall kein verkehrter Freeze bei den Truppen, die wir hier die ganze Zeit haben. Kriegen wir... Ne. Das Muskeltier stirbt hier jetzt leider. Sehr ärgerlich. Aber der Riese... Ja. Bisschen Damage. Bisschen Damage ist da. Ich habe jetzt hier nicht genug Flächenschaden dabei. Ich habe jetzt hier auf keinen Fall genug Flächenschaden dabei. Oh, das sieht schlecht aus. Da hätte ich... ...schon mehr Damage... ...dealen müssen. Er hat die Barbarenhütte. Die Barbaren... ...die Kobolde... So, das war jetzt eine schöne Verteidigung gegen die Barbaren. Die Kanone steht ja auch noch. Jetzt holen wir wieder den Riesen. Jetzt werden wir den Riesen einsetzen. Das nächste... ...Muskeltier. Wieder Skeletons. Gegner hat selber einen Riesen. Und jetzt freezen wir das Gang. Komm schon, komm schon, komm schon. Freeze, bitte. Oh. Oh. Ich habe mich jetzt hier gefreut, dass ich zwei Muskeltiere... ...hatte. Aber gut, sie leben ja noch. Sie leben ja noch. Das kriegen wir vielleicht noch irgendwie hin. Komm schon. Die Muskeltiere müssen überleben. Ja. Drei Muskeltiere. Drei Muskeltiere. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht schlecht. Aber setzen wir jetzt ein. Schnellen Freeze. Komm schon. Die drei Muskeltiere müssen überleben. Ja. Vier Muskeltiere. Was ist das denn hier für ein Game? Oh mein Gott. Was für eine Scheiße, ey. Ich glaube es nicht. Was war denn das für ein Zug? Ja, geiles Game. Ich... Wie lange... Wie lange hat das erste Muskeltier überlebt, was ich eingesetzt habe? Ich hatte... Das war krank. Das war krank. Damit habe ich auch nicht gerechnet. 34 Trophäen dazu. Was war das denn? Das war... Das war einer der kranksten... Der krankesten Games, die ich jemals hatte. Das wäre TV Royale reif. Ja, denke ich auch. Das war auf jeden Fall krank. Heute jetzt hier mit dem Ice Wizard Muskeltier Royal Giant Freeze Kombination. Kranke Sache. Vier Muskeltiere. Wenn ich die drei Muskeltiere hätte und ich packe ein Muskeltier dazu und dann sind das die vier Muskeltiere. Das ist okay. Aber ich habe die Karte einzeln. Ich habe die Karte einzeln. Ich habe alle Karten durchrotiert und immer wieder das Muskeltier ready bekommen und vier Stück davon platziert. Das, äh, ja. Nice Sache. Bis zum nächsten Mal.